Willkommen zurück! Und ja, wir haben jetzt die Vieh geholt und wir sind jetzt zu Feequellen zum die grossen Vieh holen. Ja, und ist eigentlich alles in Ordnung. Die Ecken sind ein bisschen blau. Jetzt kommt wahrscheinlich der langweiligste von allen und ja, ich versuche möglichst viel zu zeigen, was man hier machen kann. Hallo meine Freunde! Und diese grossen Viehen nerven immer. Ein langes Gequatschen! Lange Rede, kurzer Singen! Ich bin heilig! Die Elias entführen mich! Okay, zwei Widersprüche. So wie in der Bibel. Hau mir, hau mir, hau! Okay, wir sind hier nicht bei Sogoku, wie das heißt. Ein Dragon Ball Set. Oder so. Ohja! Schiss! Ok, ich hoffe, wenn wir ihre Energie können. Uuuff! Ding! Schiss! 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 Nach dem Blöds reißen! Schiss! 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 Jetzt können wir den hier helfen! Schlör! "? Baaaaaam Leck Hhhhhh Wer war denn das? Hallo? Heißt du hier eigentlich? Ähm Ähm Das spielen wir verstecken und müssen bis morgen früh alle von Schnabel Und ich werde das wirklich ohne den Trick versuchen mit dem hier wo ich bewusst Lust machen kann Finde ich ein bisschen unfair 1 1 1 2 A Gary A yeah broke So komm 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 Ja du auch Okay So da Jetzt noch 3 Wir sind überall versteckt Also ich kenne zwar die versteckten mehr oder weniger Aber ich muss dennoch suchen Das Hohen Die armen Hühnern Heizilder So noch 2 Da oben Jumping Ist das gleich noch? Nein Jetzt ist es nicht Oh weh der ist wieder oben Oh Oh ich hatte das Ja Ja Lauf duuuch Oh okay Nummer 3 Nein Ich muss ja gar nichts machen Naja Wer läuft schon in den Fänger rein? Ähm Ist ja die Wohnbau Oh Hund 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 Boah Ich dachte schon dass die Pflanze kommt Also die Deko von der Pflanze Ja hier war ich noch nicht Ja hier war ich noch nicht Tänzerinnen Und ein Bomber Aber Oh 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 Du bist mein Ja wir haben alle Jetzt kommt der Code Ich wollte ihn aufschreiben Und versuchen zu merken Also der Code ist 2 1 3 5 4 4 5 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 5 2 1 3 4 5 5 5 2 1 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 Oh, nichts bekommen. Und hier noch ein Fall. Wie gesagt, so? Nein. Ja, und dieser Schluss vom letzten Part, den habe ich mich besonders stolz gemacht. Seitdem wir die Dekunus bekommen haben, habe ich daran gedacht, das zu machen. Aber bin ich groß daran. Und werde am Ende die Gruppe zeigen. Logischerweise. Was ist der Vortorium? Wie diese Typen? Also ich weiß noch gar nicht was, wieso wir eigentlich hier hinkommen. Wir benötigen eine Mondträne und die bekommen wir logischerweise vom Mond. Und dafür müssen wir hier hingehen. Denn jetzt weint der Mond. Wauw. 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 Geschenke, wenn man sie von einem Fluch befreit. Ich kann noch was mit dem Mond drehen. Ich glaube, diesmal mache ich einen 14-minütigen Part. Oder 15. Gleich muss man tanzen. Wer die linke immer die Türe aufmacht. Hochsprüngung und so. So, es muss nur noch diese Tränen abgeben. Dann haben wir eigentlich schon was gemacht, was wir machen müssen. Wir müssen nur noch warten bis fertig ist. Bis letzten Tag. Bis dahin kann ich uns noch verschiedene Dinge zeigen, die man machen kann. Während man wartet. Ich habe früher immer so geschlafen. Also so. Geschlafen sozusagen. Und gewartet. Oder ich habe einfach fern geschaut. Der fern gesehen. So. 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 Und hier kommt jetzt der Deku. Für den gibt ich ihn insgesamt 5, glaube ich. In jedem Gebiet einen. Man kann ihm ein Herz halt bekommen, wenn man so einen einlöst. Also, wenn man ihm gibt, was er will. Sagt er, er möchte einen Monddrehen für seine Frau oder so, irgendwas. Und die geben wir ihm da, weil wir wollen diese Blumen hier benutzen können. Das ist die Urkunde, dass wir dieses Land hier gekauft haben. Naja... Sehr eignennützig, also sehr... Egoistisch, diese Leute hier teilen nicht mal mit anderen. Und dieser kann der aber unendlich lang fliegen. Ich muss immer wieder zu nervenblumen. Und hier zufälligerweise zwischen zwei Gebäuden oder vielleicht auch reingebaut hat es ein bisschen Platz für ihn gedacht. Dort fliegt er durch. Ja, okay. Man erfasst aber. Dieser Platz ist ein bisschen überflüssig. Ja. Jetzt kriegen wir unser erstes Herz da rein. Jetzt müssen wir hier warten bis zum letzten Tag. Also die Nacht des letzten Tages. Aber eben, kann man sich noch Sachen zeigen. Wie zum Beispiel, den Hund ins Wasser schmeißen. Wenn er kommt. ... ... ... ... ... ... Ja, ja, ja. Graf und brutal, aber mir ist das egal. Ach ja, ich kann euch noch zeigen, was man mit dem Grunde, also hier machen kann, jetzt noch. Ich wette, kann man das noch für etwas anderes benutzen. Hoffen, der ist schon hier. Bist du hier? Ja. Uah, eine Hand! Und er braucht Toilettenpapier. Und wir geben ihm eine Urkunde anstatt Toilettenpapier. Und dafür bekomme ich logischerweise etwas. So, wenn er das gegessen hat, würde ich es eigentlich nicht mehr haben. Aber naja. Ja, da haben wir das hier auch noch gemacht. Dann herrbleiben wir so. Was kann man sonst noch machen, gerade jetzt? Und danach kann man eben weniger nicht machen. Sonst auch können. Ach ja, gibt das. Also kann bis dort hinlaufen, weil die Zeit läuft vorher schon ab. Ja, falscher Ort. Na ja. Ja, hier sind noch Laden. Ah, Lex. Ein Laden, der einfach Sachen verkauft. Ein Stutzerladen, sozusagen ein Klauladen und ein Bombenladen. Für das Postamt, Lotterie und Trainingsduschen. Und jetzt duschen muss ich auch noch. Da kann man auch noch ein Herz teilen. Und ja. Die Zeit läuft davon langsam. Und das Herz halt durch kann man erst später holen. Also weil sie jetzt jetzt vorher oben liegen sind. Und hier kann man dann schon mal bereit machen. Also hier sehen wir uns das nächste Mal. Also bis zum nächsten Mal.